Vollmond, sternklarer Himmel. Ein Mann sitzt am Strand. Es hat Streit gegeben. Eine Frau entfernt sich von ihm. Jetzt dreht sie sich um. Ich habe das gerade nicht so gemeint. Und überhaupt, Sie haben Schlimmeres gesagt. Das war eine Feststellung. Verdammter dummer Idiot war gut. Hatten Sie sich das vorher überlegt? Suchen Sie etwas Streit mit mir, Mrs. Cole? Nein. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass, wenn das alles enden würde, die Debatten, die Seitenhebe, die Streiterei...